Traut euch einfach. Macht einfach. Auch als ich mich damals beworben habe, standen auch in der Stellenausschreibung, in der Stellenanzeige, standen auch Sachen, wo ich dachte, puh, noch nie was von gehört. Ich glaube, es ist so wichtig, dass man einfach authentisch, glaube ich, ist. Das würde ich eigentlich sogar fast bei jedem Interview sagen, dass man wirklich authentisch ist, dass man so ein bisschen auch zeigt, dass man sich freut, dass man den Job gerne hätte. Ja, seid wie ihr seid. Eigentlich, ich denke, offen sein. Offen sein und man selbst. Vorbereiten ist recht schwierig, weil in meinem Bewerbungsgespräch gab es Fragen von A bis Z, also ganz querbeet. Aber das geht. Also es ist wie so, eigentlich wie ein Gespräch wird das dann alles so eingebaut. Hier ist wichtiger, man weiß, was man tut, aber viel wichtiger ist, dass man ins Team passt. Dass man weiterhin ein Team zusammen ist, dass man eine Einheit bildet, ist hier wichtiger, als dass man jede Technologie, die es gibt auf diesem Planeten, schon bearbeitet hat oder dass man alles abdeckt, was in der Stellenanzeige steht. Wichtiger ist einfach, dass man ins Team passt, dass man lernbereit ist und das ist eigentlich schon die halbe Biete. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020